ja hallo freunde und willkommen zu einem neuen let's play auch das gameplay ja und heute sind wir noch im pfadras ballast da werden wir uns ein paar folgen aufhalten bis wir auch den die klassenmissionen gemacht haben und nun geht es weiter wir wollen ja den renko holen das werden wir jetzt machen so dann haben wir die gift exe getötet ja das brauchen wir nicht diese tag na dann kommt mal so dann haben wir den bonus schon mal nein haben wir nicht also da sind sechs eier und nicht drei wie ich gerade gesagt habe nach wieder manchmal fehler eingeweide von den viechern brauchen wir nicht ach so ja bonus ist doch hier sechs von den gift exen hier kaputt zu machen haben wir auch geschafft so und da haben wir jetzt 2000 punkte gekriegt so haben wir alles so so da haben wir den renko ist auch sehr schön dann laufen wir hier raus diese mission die ich eben gerade gemacht habe das ist keine klassenmission das kann auch sogar die imperialen agenten machen ja natürlich ein city inquisitor kann die nicht machen weil ich kann auch nicht als kopf geldjäger kann ich nicht die sachen von dem auf korriban machen so die missionen so renko ein blablabla ok return of the warrior my sponsorship ja da gehen wir jetzt in der zweiten etage so und dann holen wir da sind die wieder wenn wir zurückkehren werden wir werden einen neuen level haben ja so wir werden erst mal da ist ja die klassenmission ja wir gehen erst mal zu das ist ein super da hat der kollega das ja freigeschaltet hier dafür sind andere hier wieder im weg dafür werden dann laufen wir schnell schnell hier durch ach ja das ist die ja wir wollten habe ich ja gesagt erst mal andere geschichte machen weil wir machen auch die nebenmission nicht nicht immer und nicht auf jeden planeten werden wir die alle machen weil ja sind alle so weit und so viele so so hier haben wir die beiden zack tot so hier noch nehmen wir die auch noch mit so ja und hier haben wir einen bonus also könnt ihr sehen hier den carbonit wissens objekt so dann könnt ihr euch das durchlesen so und ja wir werden denn hier den oren rausholen aus einem carbonit grab so da schmilzt der hin so so ganz ruhig freundchen ganz ruhig dein freund hat mich so 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 Was? Hibernation sickness? Blast it. Blast it. But he is dependable to a fault. Sides, you seem to have cleared the place well enough. Anyway, thanks again. Maybe I'll see you back in Jaguna at Old Nemros. So, dann haben wir den Oran gerettet. So. Wir müssen ganz schnell... Ah! Die haben respawned, ihr seht schon. So. Da müssen wir uns erstmal durchkämpfen hier. So. Ja, so Freunde, wir gehen jetzt weiter. Die sind wieder respawned auf Flucht. So. Aber das macht ja nichts, ne? Umso mehr Feinde, umso mehr XP. Zack. So. Zack. Und schon sind wir wieder Level 11. Yeah! Wir sind wieder ein Level aufgestiegen. So. Und wir werden erstmal unsere Klassenmission hier machen. So. Dann gehen wir zu unserer Klassenmission. So. Gehen wir hier rein. So. 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 wird ja deine zählerinnen aber auch nicht helfen nun der rest so wir sind schon Level 11 nehmen natürlich diesen Token mit und wir reden mit der Albea ist nicht dein Kopfgeld auf ihr ausgesetzt Marco es ist nicht ein Bounty an dieser Frau, Mako sicher, aber das ist nicht etwas, was wir interessiert haben, richtig? nein, wir werden... natürlich bin ich interessiert interessiert in nichts, ich bin positiv enttriegt nein, bitte das war schrecklich, du bist nicht die Person, die ich dachte, du warst tja, was ist das? ja, was ist das? ja, mag sein, dass Marco sauer ist, aber wir brauchen den so wir brauchen diese Sache, ne, also die Leiche von der Albea mag sie sauer sein, ist mir auch egal ja, und wir haben wieder ein neues Erfolg fünf Feinde mit Marco erledigt, ja und ja, wir wer als nächstes ist ein Ziel mit 20 Feinden, aber die werden wir auch locker schaffen naja, die Marco, die ist ja unser erster Gefährten, ne es wird ein bisschen dauern, bis wir den nächsten Gefährten haben, ne und deswegen ist das auch egal, ne wir haben... wir werden den Erfolg locker schaffen, so nimm das mal, so so, zack, tot ja, jetzt müssen wir den knilch, aber bevor ich den tüte, nehm mir das raus na ich hasse das, wenn ich das so was mache so 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 man, 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 man ich kann es kaum erwarten, wieder zu der Ausbilderin zu gehen na, und mir neue Fähigkeiten zu holen, weil das nervt eigentlich das nervt schon gewaltig ja ja, dann haben wir alles schon gemacht ne, return, 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 return ja, dann machen wir das soweit so fertig, ne nun, wir porten uns hier raus erstmal, ne so wir geben die erste Quest ab hier so dann geben wir die Quest ab bei dem Typen hier hinten, ne so 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 wir haben schon wieder ja so 50 Einflusspunkte auf Marco gekriegt so ja, ja, ich weiß, ich weiß so 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 und wir sind wir fahren jetzt zu der next hey, Nemro ist bound to take the factories back any day now we'll be working again before you know it forget about her keep dreaming buddy keep dreaming so so ja, ja ja, wir gehen gleich zu Zini und holen uns die neuen Fähigkeiten für Level 11 ne eigentlich für Level 10 ne aber wir sind schon soweit so Freunde so erstmal zu Zini ne wir werden uns die neuen Fähigkeiten holen so schnell 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 Laufschritt Marsch so die gute Zini die wartet auf uns ne da haben wir nur noch diese Rapid Scan ne den gebe ich einen anderen Platz hier so ja und wir haben unsere erste Gleiter ja Freunde und jetzt können wir endlich Gleiter fahren ja so das ist echt wunderbar wunderbar wir werden uns einen Gleiter holen aber das wird in der nächsten Folge sein und in der nächsten Folge werden wir auch unsere unsere neue mission machen also mein sponsorship ne das werden wir abgehen und mit dem fetten guten sprechen bis dahin von der wünsche ich einen schönen Tag ich bin octavia von octa screenplay und ja das war's mit dem new life heute in den neuen folge und bis dahin möge die macht mit euch sein ciao ciao freunde weiter jetzt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal